wenn du denkst du kannst jetzt mal eben das neue iphone 15 bestellen und kurze zeit später hast du es dann in deiner hand dann hast du dich geirrt warum das neue iphone 15 und das iphone 15 pro max jetzt schon ausverkauft sind und warum es probleme im app store gab denn das vorbestellungschaos führte dazu dass teilweise benutzer bis zu 20 minuten lang von apple kommen ausgeschlossen wurden und zum jetzigen zeitpunkt da kann es vorkommen dass du wartezeiten von bis zu zwei monaten einkalkulieren kannst um das vielleicht so ein bisschen zu umgehen und noch kleine tipps von mir wie du noch schneller an das begehrte objekte herankommst alles was du beachten solltest jetzt in meinem video ich wünsche dir ganz viel spaß beim anschauen wenn dir das video gefällt dass mir sehr gern ein leichter und mit dem abo hilfst du den kanal weiterhin spannende themen präsentieren zu können aber ganz wichtig ich kann nichts dafür also bitte keine komischen kommentare schreiben ich bin nur derjenige der euch über diesen fakt informieren möchte und lasst uns natürlich gern über dieses thema niveauvoll diskutieren kein thema ich bin dabei jetzt geht's weiter freitag 15 september 14 uhr nach der apple keynote und der vorstellung des neuen iphone 15 und iphone 15 pro max war es nun endlich soweit laut apple konnte man sein neues iphone ab 14 uhr bestellen zuerst sah man um punkt 14 uhr dann eine grafik dass es gar nicht soweit ist gegen 14 uhr und sechs minuten ich habe es persönlich erlebt war es dann endlich soweit der apple store im netz war endlich online eigentlich wurde das bestelldatum nach der keynote von apple auf den 15 9 verlegt damit apple sich auf den ansturm der käufe intensiv vorbereiten kann aber auch in diesem jahr waren natürlich die systeme dem andrang teilweise nicht gewachsen viele nutzer wurden mit fehlermeldungen konfrontiert als sie ihr iphone in den wahrenkorb legen wollte im netz stand dann auch noch dass ein benutzer sagte es war seine absolut schlechteste vorbestellungserfahrung die er jemals gemacht hat alles wurde in der app voraus gewählt und natürlich auch vorab genehmigt dann alles in der apple store app gespeichert und er konnte das iphone aber immer noch nicht bestellen ist gegen nichts habt ihr gute erfahrungen habt ihr schlechte erfahrungen mit euer iphone bestellung gehabt dann schreibt einfach mal hier in meine kommentare würde mich mal interessieren wie die zeitschrift mac live berichtet hat waren nur wenige minuten nachdem apple die iphone 15 reihe gestartet hatte das iphone 15 pro und das iphone 15 pro max ausverkauft und die liefertermine für diese telefone wurden dann weit in den november verschoben aber apple kann sich natürlich mal wieder freuen das iphone pro und das iphone pro max sind durchaus beliebt bei den kunden trotz des ärgers im online store und der langen wartezeiten ist das ganze innerhalb von wenigen stunden in der ersten runde ausverkauft und ein freund von mir der wollte einen finanzierungsvertrag machen im app store da gibt es natürlich eine bank die das finanziert und hatte dann auch den finanzierungsvertrag pünktlich weiß ich um 14 10 14 15 fertig drückte dann auf senden und dann brach der ganze finanzierungsvertrag zusammen das heißt er konnte alles noch mal von vorn machen und war natürlich in den wartezeiten dann deutlich nach hinten verrutscht und konnte das zum 22 oktober wo er dann fertig war irgendwie bestellen nachdem der finanzierungsvertrag durch war aber das ist natürlich dann eine sache wo du sagst ist nicht so optimal nachdem denn die pro und max modelle so gut wie ausverkauft war war auch das iphone 15 heiß begehrt und kam natürlich auch in die langen wartezeiten mit rein aber kommen wir noch mal zurück auf die panne der website bei apple punkt 14 uhr ging es ja nicht los es wurde ja dann in den usa 14 uhr zwei gestartet und international kam es dann zu verzögerungen von sechs bis zehn minuten bevor der große shop und die vorbestellung endlich online ging woran lags apple hat sich bis jetzt zu diesem thema noch nicht geäußert aber es war natürlich wie gesagt so dass nach kurzer zeit dann wirklich alle telefone komplett restlos in der ersten runde ausverkauft waren dass du jetzt liefertermine teilweise um den 15 bis 20 november für das iphone pro max hat es gibt aber verschiedene farben die nicht so beliebt sind das habe ich auch nicht gewusst ich habe es mal nachgeschaut im apple store wenn du das sozusagen in der bestellung tätig kannst du auf die verschiedenen farben klicken und kannst einmal gucken welche farbe vom neuen iphone pro max richtig beliebt ist und ich hätte eigentlich gedacht das blau und das schwarz sind die besten farben stimmt aber nicht das weiße telefon ist das beliebteste und am meisten vorbestellt ist iphone pro max und auch iphone pro und da muss ich sagen schade apple veröffentlicht nie verkauf zahlen zu den einzelnen modellen und auch keine produktionszahlen daher kann man wirklich keine gesicherten statistiken über die beliebtheit finden man kann nur so viel sagen dass es auch in diesem jahr wieder einen riesengroßen andrang auf das high end modell gab und da soll mir noch mal einer was von rezession erzählen und schlechten zuständen in diesem land 1500 euro 1000 euro für das iphone 15 1500 für das normale iphone 15 pro max und 1900 beziehungsweise knapp 2000 euro für die spitzen version des iphone pro max 1 terabyte und dann ausverkauft und ich glaube da liegt das geld immer noch relativ locker in unserem land ich habe mich natürlich dann auch noch umgeschaut im netz wo man das iphone 15 oder iphone 15 pro max vielleicht noch schneller her bekommt und online händler wie amazon die geben jetzt immer noch bei der vorbestellung den 22 september an aber lass dich da nicht täuschen denn auch diese zeitangaben werden spätestens einige tage jetzt noch existieren und dann verschwinden denn sobald die großhändler die lieferänderungen von apple zugestellt bekommen haben sicher wir werden jetzt natürlich nicht alle daran zugrunde gehen dass unser heiß begehrtes iphone 15 oder 15 pro max jetzt etwas später geliefert wird aber ich muss dazu sagen letztes jahr beim iphone 14 und beim iphone 14 pro sowie beim iphone pro max war es genauso warum ich das weiß ich habe nämlich letztes jahr auch ein film darüber gemacht und damals hat apple als grund die chip knappheit angegeben die er wirklich weltweit in der corona krise nachzuvollziehen war aber aus marketing strategischen gründen müsst ihr auch wissen dass es gut ist wenn ein produkt so heiß begehrt ist und es dann erst mal nicht auf längere zeit zu bekommen ist das verstärkt nämlich den drang bei einigen unentschlossenen doch trotz lieferengpässen schon mal vorzubestellen weil sie denken die lieferzeit die könnte sich dann noch weiter nach hinten verschieben und dann hat es klick gemacht in meinem kopf und auf der website impuls de habe ich dazu einen richtig guten spruch gefunden das ist nämlich die sogenannte reaktanztheorie menschen neigen dazu auf einschränkungen ihrer persönlichen freiheit zu reagieren indem sie diese freiheit zurückerlangen wollen wenn ein unternehmen ein produkt und eine leistung verknappt führt das dazu dass menschen die freiheit das produkt kaufen zu können wieder erlangen wollen dadurch wird das produkt das nicht verfügbar ist oder besonders knapp ist noch begehrenswerter wer mal mehr dazu lesen möchte ich habe euch den artikel hier in meiner video beschreibung direkt mal verlinkt könnt ihr euch ja mal in ruhe durchlesen und ich wollte das natürlich ohne es weiter zu kommentieren einfach mal darstellen um zum nachdenken anzuregen und ich kann natürlich alle beruhigen die freitag noch arbeiten waren leider nicht bestellen konnten und jetzt zeitlich so ein bisschen in die röhre gucken was die lieferzeiten betrifft sicherlich wird es für denjenigen der jetzt bestellt bestimmte wartezeiten geben das ist auch nicht schön aber auch nicht schlimm denn gerade beim iphone zubehör und beim stabilen ios betriebssystem dauert es immer so einen zeitraum von so sechs bis acht wochen dann ist erstens viel neues verfügbar zweitens sind viele bugs aus der software entfernt worden die jetzt vielleicht noch nicht so richtig funktionieren und drittens erhältst du dann ein stabiles system also wenn du jetzt noch wirklich sechs bis acht wochen wartest ist das gar nicht schlimm weil du ersparst dir die zeit als beta tester letztes jahr beim iphone 14 pro max war es so gewesen dass du so ein bisschen unfreiwilliger beta tester wurde ist weil es gab ganz viele filme auf youtube wo sich dann die nutzer beschwert hatten dass das und das nicht funktioniert dass irgendwo das noch hakt und so weiter und so fort das sind natürlich verschiedene dinge die erst mal zusammen harmonieren müssen und das muss dann natürlich auch an die neue hardware angeglichen werden also vom prinzip her hättet ihr jetzt ein telefon was auch zu 90 prozent funktioniert aber es gibt natürlich immer noch kein richtiges zubehör und es gibt natürlich auch vielleicht immer noch bugs in der software diesen ganzen ärger erspart ihr euch man muss es auch mal positiv sehen wenn ihr jetzt sechs bis acht wochen auf euer gerät wartet lasst euch da nicht verrückt machen letztes jahr war es genauso beim iphone 14 pro und beim iphone 14 pro max und es kam dann wirklich noch alles definitiv vor weihnachten das iphone ist jetzt ein heiß begehrtes produkt weil die präsentation von apple natürlich auch einmalig war und es kamen viele neue features dazu jeder möchte das ganze irgendwie sofort und so schnell wie möglich besitzen aber das dauert dann immer so bis in den november rein und pünktlich zum weihnachtsgeschäft würde sich natürlich apple alles vermiesen wenn sie nicht liefern können also seid da definitiv sicher dass es vor weihnachten noch klappt wer es jetzt trotzdem nicht abwarten kann das neue iphone 15 pro oder pro max in seinen händen zu halten für den habe ich jetzt noch ein paar tipps bereit denn aktuell kann man es noch bei amazon versuchen auf der website zu bestellen es gibt natürlich aufgrund der größe des konzerns möglichkeiten eines hier zu bekommen link ist direkt in meiner beschreibung und warum ist das so weil hier größere mengen vorher geordert wurden die schon seitens apple bestätigt sind und auch wenn es zurücknahmen kommen sollte einige merken dass sie auf einmal doch nicht das geld dafür haben oder kein interesse mehr bekunden kann man immer noch diese austauschgeräte bekommen zweite möglichkeit ist natürlich auch der normale apple store in deiner nähe hier platzen natürlich auch finanzierungsanträge vorbestellungen und andere dinge und einige modelle sind dann in den ersten tagen des verkaufs immer noch verfügbar drittens dann euer mobilfunk anbieter da verhält sich das genauso wie bei amazon es sind natürlich auch noch großbestellungen von vodafone von telekom oder von o2 direkt bei apple eingegangen die wirklich schon vorher verhandelt wurden und natürlich mit neuen mobilfunkverträgen verkauft werden sollte ich wollte letztes jahr bei o2 das iphone 14 pro max kaufen und komischerweise ging das nicht weil ich wollte nur das pure telefon kaufen als ich dann aber den button einzelkauf auf mit vertrag umgesetzt habe da ging es auf einmal ja da wurde sozusagen schnell verkauft mit einem vertrag ging alles gut und viertens ist natürlich ebay denn kurz nach der auslieferung von den iphone modellen ist ebay und ebay kleinanzeigen voll mit neuen iphones die zum verkauf stehen manche nehmen aber auch wucherpreise oder versuchen zu betrügen und da die knappheit so ein bisschen auszunutzen also seid bitte vorsichtig in diesen portalen am besten das gerät persönlich abholen und darauf achten dass es noch vor schweiß ist denn man kann auch die gerätenummer bei apple eingeben und sieht dann ob es vielleicht gestohlen ist als fazit kann ich sagen wer cool bleibt hat die besten karten und ich habe mich wirklich schon seit dem letzten jahr an diesem fakt gewöhnt und werde natürlich auch ganz lieb warten bis mein neues iphone 15 pro max geliefert wird hauptsächlich habe ich das dafür bestellt um es kameratechnisch zu testen denn hier wird in zukunft echt mehr möglich sein gerade mit der neuen kamera ab von black magic die übrigens kostenlos direkt bei black magic verfügbar ist könnt ihr euer iphone noch mal richtig pimpeln und das ist eine richtig geile app die könnt ihr einfach bedienen die macht coole bilder hammer videos und das ganze ist kostenlos das ist der oberhammer ich habe euch falls es einen interessieren sollte die ganze geschichte auch mal in der video beschreibung verlinkt mit dieser app holt ihr wirklich aus dem neuen iphone 15 pro max alles raus das kann ich euch direkt versprechen und wenn ihr weitere informationen nicht verpassen wollt abonniert den kanal bitte gebt dem video ein like wenn es euch gefällt damit sage ich tschüss bye bye und winke winke ich hoffe ich konnte euch so ein bisschen informieren über die verschiedenen situationen sehr gern bis zum nächsten video und ich wünsche euch eine entspannte zeit